Demokratieerziehung in der Kita, politische Schulung bei Dreijährigen. Weil Nancy Faeser der Meinung ist, dass die Eltern ihren eigenen Kindern sonst ausgrenzende Meinungen beibringen. Meinungen, die Nancy Faeser nicht passen, die Nancy Faeser nicht möchte in diesem Land. Nancy Faeser hat es sich zur Aufgabe gemacht, uns unser Grundrecht auf freie Meinungsäußerung auszutreiben. Der Grund ist einfach. Nancy Faeser ist eine Linksextreme. Sie sympathisiert offen mit den Gewalttätern der Antifa. Nancy Faeser weiß, dass die Mehrheit ihre linke Ideologie ablehnt. Deswegen will sie die Mehrheit einschüchtern. Die Meinung der Mehrheit gefährdet Nancy Faesers Macht. Das ist ihr ganzes Motiv. Die Innenministerin hat sich vom Recht nahezu vollständig verabschiedet und die verlässliche Sprache des Rechts durch die unberechenbare Sprache der Willkür ersetzt. Sie will die Macht der Behörden einsetzen, um gegen Dinge vorzugehen, die in keinem Gesetz stehen. Und die sie definiert, zum Beispiel gegen Hass und Hetze oder gegen Desinformation. Hass ist das Wort der Mächtigen für Kritik geworden. Kritik an der Politik der kriminellen Zuwanderung ist Hass. Kritik an Bürgergeld für Millionen Menschen, die gar nicht Bürger dieses Landes sind, ist Hass. Selbst die Proteste der braven Bauern galten dieser Regierung als Hass. Ricarda Lang auspfeifen ist Hass. Hass und Desinformation, das wissen wir inzwischen, ist die Information, die unsere Regierung nicht hören und nicht verbreitet sehen will. Nancy Faeser will Desinformation nun schon verhindern, bevor sie überhaupt entsteht. In unseren Köpfen. Bevor wir sprechen. Sie sagt das vollkommen offen. Präventive Maßnahmen, damit es gar nicht erst zu Desinformationen, also zu unerwünschten Meinungsäußerungen kommt. Und eine Früherkennungseinheit für unliebsame Meinungen im Innenministerium. Was noch vor wenigen Jahren als Verschwörungstheorie gegolten hätte, wird nun vor unseren Augen Realität. Eine Ministerin will mit einer Spezialeinheit verhindern, dass nicht genehme Gedanken überhaupt noch ausgesprochen werden. In dieser Woche hat Nancy Faeser ein Strategiepapier mit dem Titel Gemeinsam für Demokratie vorgestellt. Faeser muss darauf gehofft haben, dass niemand dieses Papier wirklich liest, denn was sie vorhat, ist absolut furchterregend. Aber wir haben es gelesen. Sie werden die Sätze nicht glauben, die in diesem Papier stehen. Wir dokumentieren die unglaublichsten Passagen für sie. In dem Papier beschreibt Nancy Faeser auch, wie ihre Früherkennungseinheit gegen unerwünschte Gedanken aussehen soll, zu fördern. Es sagt alles über den Zustand der Medien in unserem Land, dass nicht alle Journalisten den sofortigen Rauswurf einer Ministerin fordern, die offen ankündigt, ohne jede rechtliche Grundlage, Gegenmaßnahmen gegen die Verbreitung von Informationen zu ergreifen, die hier politisch nicht passen. Also Maßnahmen, die offen gegen unser Grundrecht gerichtet sind. Nancy Faeser ist eine unverholene Verfassungsfeindin. Wer die frühzeitige Erkennung falscher Gedanken plant, hat im Innenministerium schon längst nichts mehr zu suchen, außer vielleicht im Innenministerium von Nordkorea. Ebenfalls plant Nancy Faeser politische Früherziehung, wie man sie nur aus Diktaturen kennt. Die Bundesregierung sagt hier ganz offiziell, dass sie uns unser Leben lang mit politischen Erziehungsmaßnahmen bescheilen will. Vom Kindergarten bis in den Sportvereinen, nirgendwo sollen Kinder den Ideen entkommen können, die unsere Bundesregierung über staatlich finanzierte linke Organisationen verbreiten will. Querschnittsaufgabe, das bedeutet übersetzt, dass es vor allem für Kinder kein Entrinnen mehr geben soll. Querschnitt bedeutet Politerziehung überall, quer durch die Gesellschaft. Weiter geht es in Faesers schrecklicher Schrift um Menschen, die sich von natürlich Hass und Hetze betroffen fühlen, also meistens für Linke, denen rechte Meinung nicht passen. Ich zitiere, für einen wirksamen Schutz von Betroffenen unterstützt die Bundesregierung den Aufbau und die Weiterentwicklung von Netzwerken zwischen Zivilgesellschaft, Verwaltung und Sicherheitsbehörden, die Betroffenen zügig und effektiv Schutzberatung und Unterstützung bieten. Noch einmal. Netzwerke zwischen Zivilgesellschaft, Verwaltung und Sicherheitsbehörden. Mit der Zivilgesellschaft sind die Meldestellen gemeint, die es inzwischen überall im Land gibt und die von staatlich finanzierten linksradikalen NGOs betrieben werden. Diese Meldestellen sollen nun mit Verwaltung und Sicherheitsbehörden zusammenarbeiten. Das heißt, wenn sie für eine Äußerung denunziert werden, dann sollen in ihrem Dorf künftig der Bürgermeister, die Verwaltung und die zuständige Polizei informiert werden. Sie wissen, was das bedeuten kann. Sie verlieren ihre Existenz. Und sie erinnern sich natürlich an diesen Faesersatz. An dieser Stelle bitte ich Sie ganz kurz um Aufmerksamkeit. In den letzten Monaten haben sich die Anzahl der unerwünschten Behandlungen wie Organspenden, Impfungen und Transfusionen drastisch erhöht. Und um sich davor zu schützen, muss man eine Patientenverfügung bzw. eine Vorsorgevollmacht oder Notfallkarte abschließen und in diesen Dokumenten seinen Willen formulieren. Das medizinische Personal ist daran gebunden. Mehr Informationen und diese Dokumente rechtssicher geprüft und passend für den Geldbeutel finden Sie auf meiner Webseite. Der Link ist unter dem Video. Diejenigen, die den Staat verhöhnen, müssen es mit einem starken Staat zu tun bekommen. Und jetzt wissen Sie, was Nancy Faeser mit diesem Satz meinte. Es wird aber noch schlimmer. Und ich möchte es noch einmal wiederholen. Wir zitieren hier wortwörtlich aus dem neuen Maßnahmenkatalog von Nancy Faeser, der abgestimmt ist mit der kompletten Bundesregierung. Die Innenministerin kündigt in sanft klingenden Worten an, unsere komplette öffentliche Kommunikation überwachen zu wollen. Und ich zitiere. Die Bundesregierung sagt ganz offiziell, dass sie, Zitat, eine enge Begleitung und Moderation der Foren und Prozesse für erforderlich hält und deswegen aufbauen möchte. Enge Begleitung und Moderation der Foren bedeutet nichts anderes als eine komplette, also enge staatliche Überwachung von Meinungsäußerungen. Moderation klingt so freundlich, ein bisschen so, als wären wir jetzt alle im Fernsehen, als wären wir alle bei Markus Lanz zu Gast, bedeutet aber nichts anderes als Zensur und Löschung. Das bedeutet Moderation. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ich hätte mir in den schlimmsten Albträumen nicht ausmalen können, dass eine Bundesregierung so etwas mal aufschreiben, ja, offiziell ankündigen würde. Und weiter geht's mit Faesers neuem Deutschland. Ich zitiere. Darüber hinaus plant die Bundesregierung, ein Bundespartizipationsgesetz auf den Weg zu bringen, um damit die Teilhabe von Menschen mit Migrationshintergrund am öffentlichen Dienst zu stärken. Was Faeser hier so wohlklingend Bundespartizipationsgesetz nennt, ist nichts anderes als ein rassistisches Gesetz, mit dem Beamtenstellen in diesem Land wieder nach Herkunft und Hautfarbe vergeben werden sollen. Nicht mehr die Qualifikation soll zählen, um für diesen Staat zu arbeiten, sondern das, was in unserem Grundgesetz Rasse genannt wird. Diesen Aussagen kann ich nur zustimmen. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Denken Sie noch an Ihre ganz persönlichen Dokumente und bis bald.